Hallo zusammen, erneute kleine Runde D-Brock Galactic mit Fiene, die ist schon am, du bist schon an Bord? Ach, dann startet der nur, wenn ich reingehe, oder? Ja, ich hab die Mission nicht ausgewählt. Ne? Ach komm, ich hab keinen Bock, weißt du was? Flieg doch alleine, mach doch was du willst, Mensch. Dann geh ich jetzt wieder, mach ich den aus und tschüss. Nix kriegt die alleine hin, ne? Wahnsinn. Ich hab mich angeschnallt. Ich nicht. No whisk, no fun. So, wir nehmen noch Wetten an, schaffen wir es diesmal oder wieder mal nicht. Unsere Chance des Erfolgs ist bisher 50-50. Ach, ich hab gar nicht geguckt, welche ich jetzt mit hab hier, ne? Haben wir jetzt zweimal den gleichen. Ente Haken werfen, nein. Ich hab den, äh, nicht den Ingenieur. Ach, ich komm grad nicht drauf. Also, Fossilien sammeln und Moor-Kite. Äh. Komm her, Käfer. Ich muss mal ganz kurz gucken, wie die Steuerung war. Wenn man zu viel durcheinander spielt, ist immer ein bisschen blöd. So. Oh, was sind das für Käfer? Was sind das für Käfer? Ich glaub, die... Was? ...haben dich lieb, hör mal. Die gehen nicht weg. Da haben wir Red Sugar. Okay. Warum gehen die nicht mehr weg? Hilfe. Ja, lass doch. Ja, jetzt... Jetzt sind sie zurück in der Basis, sozusagen. Okay, wir haben hier... Wir haben hier... Nein, die sind immer noch bei mir. Ja, was... Was greifst du die auch an? Ich hab' die nicht angegriffen. Äh... Ein bisschen Mooney muss sein, ne? Ja, komm. Erstmal wieder umgucken, wie das hier alles ging. Haben wir alles? Das ist bis dahinten geflogen. Wow. Anni, du hast den Zucker abgebaut, oder? Ja. Ja. Okay, hier kommen wir weiter. Ähm... Die haben wohl die Karte bearbeitet. Ja. Beim letzten Update, dass man jetzt besser rein und raus zoomen kann. Ich mein, ich hatte vorher auch... War das beim letzten Mal nicht auch schon? Ja, aber das gab wohl bei manchen Problemen. Ich weiß nicht, also ich hatte jetzt nicht so die Probleme gehabt. Äh, wo ist der Mooney-Ding jetzt hin? Ich hab das doch gerufen, da. Neben mir und versteckt sich. Das soll mal weiter? Ich baue hier grad noch das Gold ab. Ach, aber Gold, das hab ich gar nicht gesehen. Ein Beutekäfer. Na komm, die, die Leuchtpistole sparen wir uns für gleich auf. Das lohnt noch nicht. So. Ah, ein Fossil. Was ist denn? Ist da eigentlich irgendwas? Kann ich ja gefahrlos gucken. Da ist nichts, ne? Ich kann dir nicht sagen, wo du guckst, ich stehe auf der anderen Seite. Ne, da ist nichts. Meinst du dieses, äh, Dings macht uns kaputt? Komm auf die dunkle Seite der Macht. Was? Was ist kaputt? Dieses Sprühding macht uns kaputt? Ich, äh... Warum fliege ich so komisch? Tust du das auch? Ja, ja, ach so. Die Karte hat, äh, geringe Gravitation. Ach so. Ich wundere mich. Äh, zehn Zuschauer zwar noch nicht gesagt, aber dir eben schon. Ja. Aber Fiene, die hat so Tage, da hört ihr einfach nicht zu oder... Das gehört, das ist so. Das ist, wenn ich dann mit anderen Sachen noch beschäftigt bin. Ich hab mich eingeladen. Drei Sekunden später, dann lädt es mich ein. Ganz kurz. Nein. Es ist zu warm, Leute. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber es ist einfach mörderisch, Momta. Ich find ich jetzt gerade ganz okay. Warte, wir haben 28 Grad. Ja, das geht doch noch. Hier, ich krieg ein bisschen... Muckelig, ne? Schön warm, ja. Ich krieg noch ein bisschen Wind ab. Ja, dies war... Oh nein. Ja, das ist, äh, sehr gut. Warte. Dankeschön. Wir trauen zwar im Hintergrund... Nein! Was machst du denn? Nix, ich bin auf den Boden gefallen und wollte aufstehen. Nein! Ey, was? Ich lass dich einfach hängen, ey. Oh, ich hoffe, ich treff dich nicht. Du hammert jetzt oder bleib mal lieber kurz stehen, bevor du jetzt wieder... Ja, ich hab mich nicht bewegt. Nee, du konntest nicht dafür, ist okay. Die hingen jetzt aber auch richtig fies da. Warte, was haben wir da? Gold! Kommst du nicht ran? Warte doch. Okay. Ich muss mich dran gewöhnen, dass man hier so umherfliegen kann. Hm. Hm. Da müsste ich doch, oder? Von hier oben rankommen. Theoretisch. Oh, jetzt hat mich einer. Könntest du mir mal helfen? Boah, da ist er mal, ey. Oh. Ah, lass es jetzt sein. Das ist kein Problem. Wo bist du denn? Ich häng ein bisschen ab. Du siehst mich doch da rot auf deinem Bildschirm. Ja, aber da kann ich ja noch nicht hinschießen. Ja, natürlich. Schieß. Jetzt ja. Okay, wir sollten also aufpassen. Wir sind ganz viele von den Viechern. Ah, das ist wahrscheinlich die Warnung, die wir bekommen haben. Ja, irgendwas mit Leecher. Das werden die wahrscheinlich sein. Ähm, ja, ist toll. Ich baue gerade das Gold noch ab. Ist das okay? Oder soll ich lieber hinterher kommen? Oh, das ist Nitro. Ich markiere es nochmal. Oder Nitro. Nitro. Du hast du eben auf diese Viecher, die ich verfolgt habe, diese Fliegen geschossen? Oder bist du da nur in die Nähe gegangen? Ich habe nix gemacht. Ah, okay. Das kam, glaube ich, aus diesem komischen Ding, weil ich zu nah rangegangen bin. Ja, nee, dann bleibe ich da mal fern von. Dann machen wir das anders. Weil da oben ist mir auch so ein Ding. Geh mal hier mal schnell, oder ich geh mal schnell Nitro ab. Oder Nitro ab. Gebonimo. So. Du bist da unten lang, oder bist du da unten lang? Ich habe den Deposit. Bei meinem Barte. Okay, hier ist noch so ein Bienenstockding. Ja, da war ich ja gerade eben, deswegen äh... Jetzt ist es kaputt. Und wenn du es kaputt machst, sind die Viecher auch weg. Ach so, okay. Ich hatte jetzt ein bisschen... Ich wusste es nicht, ich habe es jetzt einfach ausprobiert. Oh nein. Ja gut, dass ich gerade hinterher gelaufen bin. Ich habe eben noch da hoch geguckt und ich habe es nicht gesehen. Die siehst du sehr... Die siehst du sehr... Alles okay? Ja. Die siehst du sehr... Schlecht. So, ich buddel mal oben kurz, weil hier müsste irgendwo das Gold dahinter sein. Hoffe ich. Wenn meine Zwergenintuition mich nicht täuscht, komme ich gleich in Afrika raus. Oder China, man weiß es nicht so genau. Jetzt mal ehrlich. Ne, du bist zu tief. Ich bin zu tief? Du musst höher. Ja, wir hatten hier abgebaut. Nur die Hälfte. Alles stehen lassen. Ja, du eben übrigens. Nein, nein. Ja, natürlich. Da hast du eben Gold abgebaut. Das war niemals ich. Ja, doch ein Stück zu tief bin ich. Aber auf dem richtigen Weg. Nein. So, wir gehen was höher. Was machst du da? Da waren diese hohe Fliegedinger. Oh, da oben ist Nitra. Könnte ich das runterschießen? Selbst wenn, spar lieber die Munition. Das war nur Interesse. Die erste Welle ist nicht mehr weit. Bin ich jetzt total wieder auf den Weg abgekommen? Also irgendwie fluckt das heute nicht, ne? Ne, also irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ach, hätte ich doch mit einem Ente haken einfach. Mich da hochgehangelt. Siehst du mich irgendwie zu fällig gewünschen? Nein, ich sehe dich gerade nicht. Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ich kann einfach zurücklaufen. Aber das gibt's doch nicht. Bin ich jetzt so weit vom Kurs abgekommen? Also dieses... Ja, doch, das könnte hier irgendwo sein. Diese Schwerelosigkeit-Gespringe. Ist, äh... Ja, aber das wird ein bisschen Buddelfolge hier, ne? Also... Total irritierend. Ach, weißt du was? Komm. Es reicht. Also man müsste noch sowas aufschippen können. Oder auf... Ja, ich habe leider den falschen mitgenommen. Ich habe... Für Karl. Ich habe eben leider nicht mehr einen Charakter ausgewählt. Dementsprechend kann ich die Plattform jetzt nicht machen. Ja, das klappt hier wunderbar. Du hast aber doch einen festen Enterhaken, oder? Ja. Ja, dann geh doch da mal... Hast du das Gold schon abgebaut? Nee. Ich muss doch eigentlich... Jetzt... Ich bin hier oben bei dem Mitra links. Ich habe mich gerade ausgebuddelt. Das war mal ein Problem. Ich hätte... Nee, aber... Hä? Ja, mach doch weiter. Gold ist doch jetzt nicht so wichtig. Nein, es geht schon ins Prinzip. Halt, der Knopf. Nein, Mule, bleib unten. Tu es nicht. Nein, tu es nicht. Wo ist denn? Nein. Ich brauche sie auch. Oh, die ist jetzt hier oben bei mir. Ich komme nicht mehr weg. Soll ich sie mal rufen? So, jetzt... Jetzt habe ich das Gold. So, das sieht doch gut aus. In einer halben Stunde habe ich es dann doch nochmal geschafft. Und jetzt geht mir die Spitzhacke kaputt. Werd' mir. Da oben ist noch Nitra. Wie wechsle ich nochmal die Waffen? Wie wechsle ich nochmal die Waffen? Da du eine Gamepad spielst, kannst du dir das nicht beantworten. Äh, ah, hoch und runter drücken. Ich erinnere mich. Zu steil. Das ist aber doof. Okay, wir haben noch nichts von dem... Ach doch, Fossilien haben wir gesammelt. Aber von der primären Aufgabe, von den Morkhite, haben wir noch gar nichts. Interessanterweise. Ja, da oben ist doch was, oder? Zusammengeschustertes Schusseisen. Oh, was heißt da oben? Moment. Hier geht's... Hast du jetzt nicht hier durchgebuddelt? Hm. Da oben ist Morkhite. Wie markiere ich das nochmal? War schon wieder verdrängt. Linke Maustaste. Aber ich komme da nicht dran. Wieso ist hier Erde? Hast du dich hier eben reingebuddelt, damit ich hier runterkomme? Oh, es geht los. Aber sowas von. Jetzt habe ich leider keine Schütztürme dabei. Ähm. Komm, so mal hier. Ja, komm, wir stehen jetzt hier. Mit dem Rücken zur Wand. Ja. Incoming. Smoke him if you got him. Okay. Boah. Der kommt von der Seite. Der Hund. Ah, fossil. Aber du schaffst das allein, oder? Nein. Da oben ist Morkhite. Jetzt habe ich's gesehen. Ich habe's doch eben markiert. Ja, gerade jetzt die Welle kam, habe ich da nicht mehr so drauf geachtet. Ah, die kommen auch von oben. Pass auf, von rechts. Boah. Boah. Mist. Ja, mich hat einer auch noch gebeten. Uah. Okay. Hinter uns, bei uns auch was? Ich kann's kill y'all. Das kennen wir nunmehr? Doch. Pass auf, hinter uns. Oder auf nicht. Ja, gut, ne? Ja, wir leben doch. Super. Oh, hinter dir. Ja, hab's gemerkt. Danke. Ich sehe gerade, jetzt sehe ich wieder was. Ich habe ihn erledigt. Nur einer von den Großen diesmal, aber jetzt sag ich wieder was und dann kommen Tausende. Ich wollte gerade sagen, besperre dich lieber nicht. Ja. Ähm, okay. Ich denke mal, was haben wir hier? Nitra? Ich habe da am Nitra rumgedoktert. Kannst du mit dem Enterhaken da hochkommen? Nein, kann ich nicht. Es ist zu steil. Ich versuche es gerade zu. Jetzt ernsthaft? Ja. Nein. Boah. Halt die Waffe. Hallo? Hör auf. Also, irgendwo ist noch was da. Bei mir ist noch was. Ich schweb hier so langsam umher, wenn ich springe. Da kommt noch mehr. Ach ja. Ihr habt die Welle überstanden. 300 kommen da. Aha. Schön. So. Morkite. Nochmal. Da oben irgendwo. Äh, ich versuche dran zu kommen. Zu steil aber alles. Komm, ich... Wenn ich da hochgehe, fliege ich runter, oder? Komm. Das geht nicht gut. Na, 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 nein, 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 okay. Schwein gehabt. Oh, Mo ist tot. Der ist runtergefallen. Das passiert doch sonst nur mir. Das ist doch nicht so, mir. Warte mal, warte mal, warte mal, das ist da oben. Habe ich meine Buddelfähigkeiten von eben? Ist das vielleicht jetzt nicht die beste Idee, aber... Ich probiere es trotzdem. Ach ja, das ist... Oh, nee. Ich gehe jetzt erst mal weitergucken. Oder? Ja. Weil da kommen wir jetzt so einfach nicht dran. Und bevor wir jetzt hier an einem uns abarbeiten und wir finden noch genug. Ja, in der Regel findet man so oder so genug. Ähm, wir sollten vielleicht mal gucken, was weitergeht. Da hinten war ja eben die Erde gewesen. Und irgendwie habe ich das nicht so ganz geschnallt. Hier kam er doch her, oder? Hier kam er her, genau. Hier ging es hoch. Das heißt, wir müssen da hinten weiter. Wo bist du denn? Da. Hier müssen wir weiter, oder? Ja, hier ist auf jeden Fall Erde. Also hier kannst du linksrunden. Aber warum? Das macht doch keinen Sinn, dass hier Erde ist. Hier hat es ja eh durchbekommen. Das ist egal. Wir gehen ja einfach ohne weiterkommen. Da, wo die ganzen Krater sind. Ja, vielleicht war die auch einfach nur so da. Um uns in Verwirrung zu fühlen. Er hat geklappt. Fossi. Aber wir sollten bis auf die Decke achten. Aber hier ist es zu niedrig. Nitra. Wo ist er? Er kühlt. Hast du denn jetzt gerufen? Nein. Hast du? Jetzt, ja. Ich dachte, der kam da. Aber der kam gerade um die Ecke. Du bist voll, glaube ich, oder? Ja. So. Wie schaut es bei dir moonmäßig aus? Drei Schuss. 1200. Hast du gerade gesagt, drei Schuss? Ja, mit dem Seil nach oben. Ach so. Ach, die Dinger. Ach, super. Dann kam es doch raus. Ich dachte, wenn ich vorbeilaufe, hätte ich Glück. Aber nur gut. Magnet. Was ist er, wie soll ich das? Ja, das war mir. Das war mir, wo ist's. Das war mir jemand, weil ich dich nicht mehr. Und da war mir, was wir so, was es dann. Ich mache dir die, das war mir jemand. Und da war mir jemand, der wie ich weiß. Aber da war mir jemand, der wie ist es. Und da war mir jemand, der wie ein Verkauf er hat. Ich hoffe, dass wir es mit dir das ist. Oder wie auch zwei Schuss, wenn ich dir das war. Ich bin 막 False. Vielen Dank.